Musik Fremdworte Ich habe gestern ein gutes Werk getan. So? Ja, ich war in einem Justizkonzert. Ein Benefizkonzert meint so wahrscheinlich. Was haben Sie gespielt? Weihnachtliche Musik, Klassik und Furore. Folklore. Du warst auch dort? Wie hast du diesen Floristen gefunden? Ich war nicht dort. Aber du meinst bestimmt den, der die Flöte gespielt hat. Ja, der war auch gut. Und der Dissident hat alles auswendig dilettiert. Schrecklich. Na, ganz im Gegenteil. Es war ein trivialer Erfolg. Ich meine, das ist schrecklich. Wie du alles durcheinanderbringst, dieses Weihnachtskonzert kann nur ein triumphaler Erfolg gewesen sein. Auf jeden Fall. Vor mir ist zufällig mein Archäologe gesessen, bei dem ich kürzlich wegen meinem Blasenkonfekt war. Und der hat auch gesagt, dass er selten so schöne Interventionen gehört hat. Er ist ein Urologe und es heißt Interpretationen. Du warst doch angeblich gar nicht dort. Aber egal. Nach dem Konzert bin ich jedenfalls mit meiner Frau noch fein soufflieren gegangen. Suppieren? Du meinst, dass du essen warst? Und wie. Zuerst gab's gefüllte Kartoffelproleten mit Baselwiskensalat und original italienischem Pavian und danach eine köstliche Terrakotta mit Erdbeerschmus. Du bist ja wirklich ein Gourmet. Vielleicht. Aber deshalb musst du ja nicht gleich ordinär werden.